Hallo Freunde! Herzlich Willkommen zurück zu Stardew Valley! Da sieht man auch, wir haben bereits fast 25.000 verdient. So, weiter wieder ordentlich Holz hacken, weil es ist dann endlich soweit. So, die liefern uns jetzt, ich frage mich wie lange die zum Nachwachsen brauchen. Wahrscheinlich nur 2-3 Tage oder so. Ja, 3 Tage wahrscheinlich, weil die blühen noch gar nicht. Oh, Gold auch noch. Ich weiß nicht, ob wir Gold gestern schon hatten. Sieht man das nicht nach irgendwo sogar? Nee. Geldbörse, aha. Also wie immer das hier sein soll. Okay. Ahem. Was gibt es denn eigentlich noch zum Upgraden außerdem? Fischen aber noch gar nicht. Könnte ich nochmal anfangen. Was haben wir hier eigentlich angepflanzt? Irgendwas haben wir da bekommen. Das ist auch irgendwie Gemischtkästen oder so. Auf jeden Fall dauert es ganz schön lange bis die... Ich meine, die liegen jetzt glaube ich schon am dritten Tag noch einmal Samen da. Während hier die Sternenfrucht schon langsam anfängt zu wachsen. Selbst das wachst schon alles. Na gut, dann weiter Holz fällen. Schauen wir uns vor allem hier die Bäume mal loswerden. Also jetzt ist mir auch klar, warum das vorher nichts wert ist. Weil wenn wir ein Silo hätten und hier jede Menge Heu bekommen würden, das wäre die Ur-Geldquelle. Selbst wenn es nur... Na ja, wenn es eins wert wäre, dann wäre es nicht so eine extreme Geldquelle. Aber... Hätte es zumindest so machen können eigentlich. Aber ja, dann hätte es eine zusätzliche Geldquelle, indem du überschüssiges Heu immer verkaufst, indem du das da also in großer Menge anpflanzt. Ne, ne, keine Bäume. Weg hier mit allem. Na ja, können wir dann noch ein bisschen Erz abbauen vielleicht. Oh, gemischte Saat. Eine Hühnerstatue. Soll ich mit einer Hühnerstatue? Artefakt, okay. Das ist Museum. Zwei Mal gießen können wir aber sicher noch. So, irgendwas wird schon draus werden. Sehr gut. So, aber heute verkaufen wir diese Waffen. Weintraube. Wieder viel Geld. Kriegt ihr dann 100 oder so was? Na, 80. 80 waren es, glaube ich, oder? Oh, wir können Abigail wieder was geben. Schön, wenn wir schon da sind. Wir müssen das gleich mal tun. Sofern sie da drin ist. Aha, da wird Gymnastik gemacht. Aber sie ist nicht da. Eine Blume. Gut, zuerst bringen wir mal das Artefakt mit Günther vorbei. Das Museum. Kuriositäten. Oh. Oh. Kann ich nicht sehen. Eis. Wow. Kuss ist ganz schön viel. Aber bringt wahnsinnig viel Energie. Ich bin das hier. Ich bin da. Ich bin da drin. Und ich bin da drin. Ich bin da drin. Da ist sie ja! So! Oh! 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 Noch mehr Zeug! Hey Kumpel! Vielen Dank! Boah, 1500 ist schon teuer! Aber was werden wir brauchen, damit wir bei der Tiefe unten besser zurechtkommen? Oh Mann! Schaut eigentlich mit unseren Quests aus! Der braucht seine Shorts! Wir sollen den Grundtermin erreichen! Entschuldigung, wieder ein Blumenkohl! Das wird dieses Jahr nichts mehr! Robin will ihre verlorene Axt! Wir sollen einen Hühnerstall bauen! Wir sollen zum Strand gehen! Vor 17 Uhr! Geht's heute nicht mehr aus! Und wir sollen noch vier weitere Leute begrüßen! Oh! Hey! Okay! Wir können jetzt da rauf! Ah ja! Da können wir nämlich unsere Energie auffrischen! Ähm! Ähm! Warum können wir hier ran? Achso! Wir können unten raus wahrscheinlich wieder! Okay! Okay! Wenn wir uns nicht bewegen, dann füllt sich hier schnell unsere Energie auf! Okay! Auch interessant! Vor allem weil es nicht weit weg ist von der Mine! Da könnte man theoretisch... Also wenn es einmal regnet! Dann können wir in die Mine gehen! Da ordentlich runtergraben! So weit wie möglich! Bis wir halt keine Energie haben! Hierher kommen! Ins Bad hauen! Wieder auffüllen! Und weiter geht's noch! Eine knappe Stunde oder so! Um die Energie wieder komplett aufzufüllen! Mit Hin- und Rückweg zusammen! Sagen wir mal zwei Stunden insgesamt! Dann können wir unsere komplette Energie füllen! Great! Okay! Dann können wir später noch weiter scheinbar! Keine Ahnung! Ich weiß gar nicht mehr was es hier dann so gibt! Okay! Was bist du? Fragezeichen! Ja das ist heute schon zu spät, dass wir nochmal in die Mine gehen können! Aber wenn wir schon hier sind können wir gleich wieder Bäume fällen! Wir brauchen eh Holz! Wir brauchen Holz und auch gleich wieder ein bisschen Dünger vorbereiten für die nächste Fuhr an Pflanzen! Egal ob im Sommer noch oder vielleicht auch im Herbst erst! Ich glaube jetzt haben wir genügend Holz dann! Und mal kurz etwas zu spät, wenn wir das one sehen! Boah, treibend rauben! Gar nicht schlecht. Gut. Mit die Karte. Hofarbeit Stufe 6. Gießkannen-Effektivität und Hackeneffektivität. Noch eine sehr schnelle. Hartholzzorn. Käsepresse. Qualitätssprengler. Der deckt mehr ab. Oh yeah. Ja, die hatten wir nicht. Die waren 40 wert, 50, 60. Plus 10%. Und die 80. Morgen wird es klar. Oh, morgen ist es das Festival. Nein. Hallo Patrick. Ich habe gute Nachrichten für dich. Vor ein paar Tagen hatte ich einen Durchbruch in meinen Forschungen über die hiesige Flora und Farna. Ich erspare dir die langweiligen Details und komme gleich zum Punkt. Du kennst doch diese leere Höhle dort drüben. Ein wenig weiter lässt dich. Ich habe eine Methode gefunden, einen Nutzen für sie zu schaffen. Für uns beide. Ich würde die Höhle gerne zum Anlocken bestimmter örtlicher Arten verwenden. Auf diese Weise kann ich sie in einer besser kontrollierten Umgebung beobachten. Und du kannst ernten, was auch immer sie uns hinterlassen. Ich kann die Höhle entweder für Pilze oder Fruchtfledermäuse auslegen. Fledermäuse hinterlassen immer gute Früchte zum Einsammeln. Pilze. Alles klar, ich breite alles sofort vor. Sollte nicht allzu lange dauern. Danke, dass du mitmachst. Jo, jetzt bekommen wir dort immer wieder mal Pilze. Oh ne, bitte sagen wir nicht, dass das verdorrt ist. Nein. Keine Ahnung, was es ist. So. Hallo Patrick. Morgen versammeln wir uns alle für das ehrliche Luau am Strand. So, Zeit haben wir noch. Das Highlight der Versammlung ist die Gemeinschaftssuppe. Bring auf jeden Fall etwas dafür mit. Der Gouverneur selbst nimmt an der Veranstaltung teil. Geil, also seid bitte höflich und so vor. Kommen, kommt zwischen 9 und 14 Uhr zum Strand. Okay, das ist jetzt schlecht. Wir haben irgendwas. Okay, also erst wachsen scheinbar irgendwelche Pflanzen draus, wie man sieht. So. So. Auch mal nachfüllen. So. So. Oh, nee. So. 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 Irgendwas, was wir mitnehmen können. Oh, das scheint Mais zu werden oder so. Nein! Oh, das ist doch nicht so. Passt. So. Uh, alle Steine mal hier entfernt. Na gut, dann machen wir sich auf den Weg, auf den Weg zu unserer ersten richtig großen Investitionen. Und zwar noch eine der kleineren großen Investitionen. Blumen, die können wir uns essen schmeißen. Super. Rob, Rob, Robin. Wir müssen ein Rufgebäude errichten. Oh nein, wir müssen das mitnehmen. Verdammt. Ne Weintraube gemeinsam essen, ne? Hoffentlich gärt die wenigstens schon. Wir können jetzt ne Weinsauce draus machen. So, also 300 Holz und 100 Steine, oder? 蛇. Das ist egal. Aha! Oh, was fehlt uns eigentlich hier? Oder fehlt eh nix? Ich glaub nicht. Oh, der Gießkabel. Der Gießkabel kann eigentlich hier reichen. Irgendwo hin. Egal. Das muss ich wohl sehen. Der Part ist dann auch schon zu Ende. Was machen wir jetzt noch schnell? So klein ist das Ding. Man, kannst du dich nicht selber wegräumen? Kannst du dich drehen? Nee. Ich hätte es halt gerne da oben gehabt, aber gut. Dann machst du es halt hier hin. Okay, ich werde übermorgen damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude Hünderscheid zu arbeiten. Ich nehme mir an den Festtagen immer frei. Ja, passt schon. Kein Problem. Oh, da ist noch eine Beere. Aber die ist eh schon Silber. So, dann beeilen wir sich noch zum Strand. Vielleicht bekommen wir unsere Angel. Wo geht es eigentlich zum Strand? Achso, einfach nur noch rum. Wenn wir so ein Harvest mit irgendwo untersehen, dass der Strand irgendwo rechts ist. Oh, der Part ist ja eigentlich schon zu Ende. Achso. Achso. Ich habe gehört, dass Geo in der Neuling in der Stadt. Gut, dich endlich kennen zu lernen. Ach, ich versuche immer noch ein wenig abzuschalten. Nach einem ganzen Monat auf dem salzigen See war ein ziemlich großer Fang. Haben eine Menge gute Fische verkauft. Endlich genug gespart, um eine neue Angel leisten zu können. Hier, du kannst mal eine Alte haben. Mir ist es wichtig, dass sie, dass die Kunst des Fischens nicht in Vergessenheit gerät. Und hey, vielleicht kaufst du hin und wieder mal was von meinem Laden. Yay! Wer hält... Eine Bambusstange heißt das Ding. Ah, ja. Hier im Tal gibt es gutes Wasser. Alle möglichen Fische. Oh, ja. Mein Laden ist jetzt wieder offen. Ich komme vorbei, wenn du Vorräte brauchst. Ich kaufe auch alles, was du fängst. Wenn es stinkt, verkauf es nichts bestimmt. Das hat zumindest mein alter Vater immer gesagt. Na schön, dann. Wir brauchen gleich mal eine, oder? Oh. Ah ja, wir müssen den Fischeng wieder drinnen halten. Rotbarbe. 64 Nö, natürlich 56, das kostet ganz schön was an Energie Jetzt soll ich noch immer den Part nicht beenden, das gibt's ja nicht So, Freunde, das war's jetzt für diesen überlangen Part Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage Bis zum nächsten Mal, ciao Bis zum nächsten Mal.